Irgendwann hatte ich gerade einen Kontrollpunkt. Was war das denn schon wieder? Ich renne die ganze Zeit Bullen. Okay, das war jetzt nicht geplant. Ich war jetzt ziemlich erschrocken. Wir bleiben mal hier an der Ecke stehen. Oh, wer ist jetzt voll in der Schussbahn? Auf jeden Fall muss ich da rüber. Wie bitte? Oh mein Gott. Upper Etage, also nach links. Die Treppe geht nach oben. Sooo... Was? Au, au, au. Nein, nein, nein. Du musst auf das Feld. Ja, wie denn? Ach hier, 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 hier. Schaut was. Bewegung, Bewegung! Au, 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 au. Hier noch. Ne, ich muss aus da. Zum Klick sind die Polizisten zu blöd zum Schießen. Auf dem Einkaufszentrum gibt's Tragwerke und Wartungsbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. Auf dem Einkaufszentrum. Hoppala. Äh, rennen wir weiter. Hat Rotbarn dich reingelegt? Wenn er mich reingelegt hat, dann gibt's auch nicht aufs Maul. Ich muss da hoch, also... Ja, also, komm ich da hoch. Ich denk mal, ich kann hier hochkrabbeln. Ne, kann ich nicht. Äh... Ja. Ich such schon. Wie komm ich da hoch? So geht's auch. Hör auf dich zu drehen. Geh da hochkrabbeln. Okay, ich geh da hochkrabbeln. Ja. Ja, ich denke, ich muss da durch. Sonst... Aaaaaaah... Noch höher, Faith! Wenn sie sagen, noch höher... Dann müsste ich wohl hier anscheinend nach oben, nicht nach unten, oder? Gibt's hier was oben? Nein. Wir suchen Sektor 12. Keine Spur von dir! Verstattung! Vorrückung auf Berge! Da warten wir, bis das Ding hier angehalten hat. Ja... Wir können uns hier einrichten. Haben wir nette Ecken hier. Und ich hab keinen Weg weiter. Nein... Zum Glück hat er mich... Was? Nein, 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 nein! Ja... Ich denk manchmal, ich sollte mich so sehen lassen. Deswegen... Machen wir das Ganze nochmal... Geheim. Alles ruhig hier oben! Komm, du kommst bestimmt hier oben dran! Du kommst da oben hin! Ich weiß, dass du da oben hinkommst! Sag ich ja! So... Dann hier runter... Sag mir nicht, ich muss... Ich musste hier hoch... Okay... Und dann... Sagt mir einer Gottverdammt nochmal den Weg! Was zur Hölle? Wohin soll ich denn? Wohin soll ich? Wohin soll ich? Ich spring doch da hoch! Wohin muss ich denn? Soll ich den von hier oben ausschalten oder sowas? Ach! Alles klar! Hätte ich das jetzt gehört? Nö, natürlich nicht! Über den Platz sind nur mal ein paar Scheiben, aber das ist normal! Das ist normal! Passiert ja durch Windzüge und so... Passiert ja durch Windzüge und so... Aber das gefällt mir nicht... Äh... So... Scheinen wir uns gar nicht mehr so doof... Angestellt zu haben... Noch eine letzte Tür, da solltest du raus sein! Okay, das klingt gut! Das klingt gut! Und bin ich draußen? Ja! Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein! Ist dir der Attentäter? Ich weiß nicht! Aber ich hab ne Vermutung, wer es weiß! Ach ja... Hey, Faithy! Nett, dass du mal vorbeischaust! Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropan ziemlich gesprächig! Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt! Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam... Rate mal, wer auf mich war bitte! Keine Ahnung, Faithy! Ich hol mir da nur meine Brezeln! Die Heereshauptversammlung der Cops! Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy! Ich war es nicht! Außerdem... Wenn ich dich loswerden wollte... Hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht! Einer wie du kann sowas nicht organisieren! Jetzt sei doch nicht so! Ropan ist erledigt! Ich bin beeindruckt! Ich war es nicht! Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst! Ach! Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt! Und doch... Sind wir wieder hier! Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy! Man verlangt nach mir! Du weißt, wie das ist! Versuch, am Leben zu bleiben! Merk? Merk! Ich weiß genau, dass du zugehört hast! Haha, was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Hirondello Kruger Security! Bin dran! Wieso fragst du? Ich hab' Ihren Namen gesehen! In Wilburns Büro! Und noch irgendwo! Ein spezielles Logo! Hast du was? Nur, was man erwarten würde! Alle Anlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit! Sie beschützen unsere Welt, ganz klar! Wo finde ich sie? Wir haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen gezogen! Gib mir die Koordinaten! Ich sieh' mir das mal an! Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hunde-Symbol zu! Die Ladewurz muss dein Eingang sein! Die dämlichen Hunde-Symbol! So! Da wir ja die... Okay, da wir ja... wieder ein Kapitel geschafft haben! Und hier wieder so ein schöner Speichelpunkt ist! Wird ich hier einen kleinen Cut wieder machen! Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wie wir dieses dämliche Hunde-Symbol da besuchen! Ja, dann bis zum nächsten Mal! Ciao!